jo leute und damit willkommen zu skypea mit dem flash mit zettos hallo wie ihr seht seht ihr nix ja nichts wir haben die terrasse rüstung haben uns fertig gemacht und hab ich fertig gemacht in den ganzen mann ansammlung und tot doch das war zu hoch okay das hat so hat deswegen schon auch vorher gestorben da ist der trentos gestorben ist jetzt eigentlich gestorben wir wollten jetzt heute noch in willingen getan hat noch wir wollten jetzt noch eine etha reingehen heute hast du alles aufgesammelt deinen ganzen stratt habe ich mit aufgesammelt ja ich kann schrott guck mal ein knappeck lieber rein dafür drin war wie ihr hört hört ihr bei mir keine musik mehr haben ihr da auch nicht hallo soll das weil nach mir kein bock mehr auf urheberrecht schrott was echt nervig ist das sind schrott bis das weiß ich bei mir ausgemacht die musik jetzt ich höre sie nur noch auf mein ohr und das war's und erst mal richtig hinsetzen richtig hinsetzen was was ihr denkt wie es in wabba zettling setze mega ich habe ein mega wabba zettling habe ich ja auch keine ahnung irgendwann mal aufgeploppt welcher ist denn das weiß ich nicht mega wabba zettling also der nicht der glitzernde glaube ich also nicht der glitzernde ist es so was brauchen wir für clauston brauchen wir ne glitzernde wasser bucket water bucket hier komm her den questen wir mal eben ist mir ernsthaft ich töte ihn wenn du nicht hinsetzen warum wolltest du jack töten jeder mag jack ich habe gesagt wenn er mich angreift der macht euch doch keinen schaden der kleine süße guck dir doch den an hier halt deinen hintern warm da drauf auf mit ihr da schon da ich bin gerade am kräften der macht mir ja echt wirklich kein schaden naja ein herz hat er gemacht mir auch nicht jetzt brauchen wir 13 14 stück ne 14 wie brauchen wir denn einmal komplett ein portal machen genau so aber junge ne water bucket habe ich nicht mehr die sind da unten in meiner produktion die buckets ja naja naja hier ist die witz da unten hm ich kann den bucket machen waterloo ich hole mal eben wasser 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 macht das mal ich habe gleich wasser in der hand wasser in dem eimer ach wasser in dem eimer hallo 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 wollen wir durch willst du durch als erstes geh du als erstes durch geh du als erstes durch geh du als erstes durch ich bringe durch passiert doch fast ja ja das dauert ein bisschen legt man auf der anderen seite noch ja ok ich komm rüber wiii muss aber andere richtung gehen dann fällst du runter da fällst du aber echt drunter dann wolken 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 uiuiuiui wolken hat es da sterben uiuiuiuiui sterb 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 kann sein dass es grad nicht gut ist das zu öffnen oh nö was zu öffnen steh merino ja guck mal hässige ficher ouch schließt sind das diese blaze dinge diese komischen blaze dinge sind das ja die keine ahnung was blaze dinge da hinten noch mehr ja ich will da nicht rüberspringen ich sterb doch da definitiv was ist eigentlich wenn man aus der welt fällt also nicht bist du mal aus nö mach du doch tschüss chocobo wo bist du hin äh ich bin da kommt man hier rüber ich glaube auf den wolken kann man laufen ja hast du mich grad runter geschubst nein die das gäbe das ist zu schnell achso huiuiuiuiui chocobo was bist du denn du bist so ne komische kuh koopo weeeee ja wir hätten eine feldavorn noch auf die schuhe machen müssen dann hätten wir keine probleme gehabt hier gibts hier gibt's die blitz svots raus hast du grad NSF-T-Kug das ist grad NSF-T-Kug getötet nein was sammels du da eigentlich auf keine ahnung coins oder so keine ahnung fragt doch die kuh die gab mir jetzt leder die geben nicht immer das ach so ja das sind so eine coins wo waren das golden lockt das wird gemacht so das denn jetzt ich hab dich gerade eingeladen über was der wäbi komme ich jetzt hin drück mal t nötig mit chat also da hat er oben was war er gewusst kann ich dir noch geht auf jeden fall was ist das denn da gibt es gift wieder über der weg komische pflanzen und müssen die pfeile im boden sind ich hast du dein letzter kraft gehabt das ist mein bogen so kommen wir hier bei der kuh tot du tötest doch die ganzen tiere immer hier ey ich ja ich hab nichts gemacht weeeee klatsch ach da auf dem baum ich hab schon gefragt wo der typ hin ist wch bech bin ich ich glaubt beeren even viele lalala lalala prima für essen soll der schwe Hog was tut das gar nichts gab's ja nicht mal so So guy ich hallo da gab es auch eine beere raus ja das portal das portal ja ich bin ein guter mann ich weiß wo es portal ist da ich muss das mal was machen könnt über den wolken jetzt sterbe ich bestimmt man sage so man sollte nicht mit dem sky ding auf die bouncing plattform gehen wo die bounce wolken sind die blauen nicht darauf gehen und dann wieder versuchen runter zu kommen das wird nicht gut gehen ich komme doch zu ich komme doch zurück ich komme doch schon ich bin doch schon wieder so was da ist da gerade irgendwie sowas meint er mich töten zu müssen hallo ich stehe wieder hin hallo äh hast du meine ganzen sachen aufgesammelt kann das sein fast das ist die ganzen scheiße den ich dabei hatte da gibt mir jetzt meinen ganzen mist wieder ne anstatt das zu behalten nein weil das geschenke sind von mir ja ja mir fehlt was hallo mir fehlt was was denn mir fehlen meine knie da sind sie da sind sie nicht mehr da sind sie nein wie viel müll hatte ich denn dabei ich will auch ein airbunny da nein flauschig guck mal ja das ist doch cool jetzt guck mal guck hoch ich kann doch nicht hochgucken da habe ich dann ja stimmt ja kann man dann so gleiten lieg mal nach oben ich habe den skystuff doch nicht mehr den hast du den habe ich noch da wiii ernsthaft fällt man jetzt mal ernsthaft ah guck mal wiii deswegen schwebt man dann immer aaaaaaah so achso jetzt kannst du schnell runter sogar cool ne wie können wir das ding jetzt nehmen wo bist du ich habe schiff gemacht zum schnell runter machen ja ja ne ich meinte und so kommen wir schnell runter habe ich gesagt ja dann lass mal weiter gucken weiter gucken ok dann kommen wir langsamer runter yeah wo müssen wir eigentlich hin wo wollen wir eigentlich hin weiß er nicht wir sind doch in Dungeon oder nicht der das die sucht dich ja auch gerade da hinten ist auf jeden Fall eine Insel da hinten versuchen hinzukommen weeeee tschüss wo versuchst du grad hinzufliegen du kannst mit dem stuff weiter hoch gehen immer ne der hat sich bis dahin wieder aufgefüllt also da sitzt da hinten zur Insel oder was ja das ist geil das ist geil du kannst wenn nicht in der Luft immer schweben dann kannst du wieder hoch gehen wenn du weit zu weit unten bist dann kannst du wieder weiter hehehe ich sehe es grad von hier kannst du halt mit dem shift auch schnell runter ne ja ja ich weiß da hast du dich Captain Flauschig abhauen dann hast du ein Problem da ist auf jeden Fall ne Schleiminsel da ist auf jeden Fall ne Schleiminsel lass mal kurz auf die Schleiminsel treffen und von da gucken komm her hui 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 ich kannst halt lenken wo lang ja das ist oh die Wolke die nein geh weg Wolke lass Flauschig in Ruhe was geht ab hui 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 jetzt hab ich meine Kartoffeln behalten hm jetzt hab ich meine Kartoffeln ja wohin da hin zur Insel jetzt hört ja wirklich da taucht doch grad was auf oh ich schlieg jetzt grad aus weiter das ist so geil das ist ne schöne Kombi oder auf jeden Fall da ist was auf da ich sag doch da taucht grad was auf Piss Swats kann ich den Stab auch wegnehmen Attacke Attacke